Ich bin Lian, Singer-Songwriter aus München. Ich habe diesen Studio-Tag gewonnen, weil ich im Mai 2014 bei der Munich Song Connection beim Songslam mitgemacht habe und mich damals unter acht Acts durchgesetzt habe. Das Publikum hat mich zum Gewinner des Abends gewählt. Dann gibt es Ende des Jahres einen Slam, wo alle Champions von dem vergangenen Jahr gegeneinander nochmal antreten. Da wurde ich auch wieder zum Gewinner gekürt. Das wäre sehr schön und ein positiver Nebeneffekt ist eben auch, dass ich hier dann heute aufnehmen durfte. Geil, cool. Dann noch mal einen Take. Ja, sehr gut. Dann dreh dich doch vielleicht tatsächlich ein Stück genau. Nicht ganz so weit. Noch weniger. Ja. Ich finde, der Killer ist ein netter Typ, der sehr, sehr gut Gitarre spielt. seine Schwächen und Stärken kennt und das finde ich immer ganz wichtig, dass man sieht, okay, das kann ich gut, besser als so kann ich es nicht und das ist gut und das ist schlecht und das war super anwendig mit dem. Hat total Spaß gemacht. Hast du auch nichts zu lachen, seit ich weg bin? Ohne Musik und ohne Charlie Chaplin. Ohne Farben, alles monoton. Alles schwarz, weiß, ohne Ton. Ich habe gar nichts zu lachen, seit du weg bist. Ohne Clowns, ohne Show, ohne Slapstick. Ohne Farben, alles monochrom. Alles schwarz, weiß, ohne Ton. Ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass ich da gewonnen habe. Ich denke mir jedes Mal vor solchen Wettbewerben, dass man da auch jetzt nicht zu viel drauf geben sollte, weil es ist ja Musik und Musik hat für mich eigentlich nicht so viel mit Wettbewerb zu tun und das ist trotzdem ein gutes Format, weil die Leute finden es interessant und sie kommen gerne und gucken sich das dann an und dann dürfen sie wählen und so ein bisschen auch mitmachen. Also es ist auf jeden Fall cool und wenn man halt gewinnt, freut man sich natürlich trotzdem ziemlich. Einfach über den Moment, wenn man dann so viel Bestätigung erfährt. Also der Applaus ist eigentlich immer das Allerschönste. Insofern danke. Da ist alles gut. Absolut. Ja. Also der Sechser, der ist noch besser, ja. Ja. Da hackt es ein bisschen. Also ich habe 47 Mal den Aufnahmeknopf gedruckt ungefähr, denn wir haben Gitarren und Gesang aufgenommen von fünf, wie ich finde, guten und teilweise witzigen Stücken. Das ist das Nächste, was ich in irgendeinen Song einbauen will. Warte mal ganz kurz hier. Warte. Genau. Dann habe ich mir irgendwie schon so vier Zeilen überlegt. Es geht dann irgendwie so, ähm, der Tresen ist ein Meer und der Wind steht gut. Flotten von Gläsern segeln auf mich zu, legen an, ich lösche die Ladung und ich lösche meinen Durst. Das wäre eigentlich ein ganz cooler, ganz cooler Bridge oder sowas. Geil. Das ist schon. Das ist schon. Untertitelung des ZDF, 2020